ich bin sehr leute und herzlich willkommen zum nächsten woanders gegen schabel 1 wahrscheinlich das spannendste wo du an lukas zu spielen jetzt auf dass sie wieder einander ja jetzt gehst du dorthin wo ich schon schon ganz sicher ja da ist er halt ich weiß ich habe richtig angst ich fehlt zu verlieren hat er noch vier ja aber ja schießt drauf nein ich weiß wo er weißt du wo er kämpft ja ein bisschen spät aber ja allol ich treffe frage immer wie mitschen darauf ich frage ihn okay warum nicht und welches muss spielen 9 wirst du bist es verlieren wenn du schaue und ich wirst gewinnen ist hier ein epischer Fall ich habe keine Schabert in die Richtung von mir geschossen jetzt wieder darum ich mache mir doch nicht so eine Angst es ist nicht und als er an ihn jetzt wie hast du noch mit HB die Klasse kein Prämien 8 aber immerhin nicht ganz so peinlich über die hier fündig ja jetzt wäre ganz dort hinten ich kann sie werden nicht verlaufen und unter wird euch selbst in Ausgleich machen die mit 100 hat jedoch nicht um was sie noch bringt mehr und ich bin noch ganz gut zu ich probiere mal Orion. Ach Gott, jetzt wird es lustig. Der treffe ich wenigstens manchmal noch. Ja, dann ziehe ihn ganz gut. Nein, ich dachte, ich darf wenigstens ein bisschen Rüstung behalten. Komm raus. Hast keine Rüstung mehr. Und nur noch 26 HP. Kein Premium. So, jetzt habe ich wieder ein bisschen was. So, wie viel hat er also noch Premium? Achtung, meine geht. Achtung, meine geht. Ja, ich finde, um einen Punkt, das geht noch. Ja, jetzt kommt er wieder der Zweite. Wo ich habe, ich bin aber richtig gut gezogen. Wenn man dort am Headbatchen ist. Tröste ihn? Ja. Oh. Jetzt hör auf zu Headbatchen, oder? Ja, ich werde es nicht übertreiben. Ich nehme mir eine andere Stelle. Ja, spielt jetzt mit... Oh, ich will aufpassen. Loll. Hier sehe ich die Schabel, wie er weiterläuft. Und jetzt kennt. Hör auf, sofort zu sagen. Ach so, oh ja. Jetzt sehen wir hier all serviert, da draus kommt. Ja, das kannst du mal. Spielt mit der Orion. Oh, ich habe ihn getroffen, aber er hat keinen Schaden gekriegt. Oh, du ziehst ihn sehr gut. Ja, ja. Schieß mal mit drauf. Hat er dich getroffen? Ja, aber nicht wirklich doll. Ich habe noch 102 Rüstung und 83 Leben. Oh. Leben HP. Oh, jetzt muss ich wieder zur anderen Seite, ey. Hier zur Allstar. Aber er kommt von hinten. Geht's hier oben drauf, das ist fairer. Es ist ja nicht so, dass ich dir was vorsage. Wird Schabel es wieder in Führung geben? Oh. Wie fährt er noch? Weiß ihn nicht. Nein, ich bin runtergefallen. Oh. Du hättest in sein Team gehen müssen, dann hätte ich dich mal gekillt. Dann hätte ich dich wieder gefahren. Ja. Wir sind gleich gut, Horst. Nein, Postin 08.1 fragt. Neu-Jedi-Kanz-Warners. Ich muss ganz gut aufschreiben. Wolfsack, äh, der kommt dort hin und zu. Okay, danke schön. Wie 10 HP aber Premium. Und nicht die Röster Neu-Jedi. Ja, nee, wenn ich 10 HP hatte. Nein, man kann auch Rösser, wenn man sonst runtergesprungen ist. es möchte ich hab's nicht sicher für noch Rüstung es wird ein spannendes mit Schirr spannend wäre es besser eine für sich haben die Güte ich habe bis zu uns Uhr hat ein 50er Port für ein oder zwei hat die genommen hast du ihm was gezogen ja viel ich glaube entweder hat er kein Premium oder hat gerade so noch Premium jetzt muss Allstar versuchen nicht zu viel zu verlieren ich habe es geht jetzt auf eine defensivere Variante oh das kann jetzt böse für Allstar kommen was da ich will aufpassen das Glück hat dass er sich nicht getroffen hat ja wer ist da oben rüber und ziehen oh er ist gut gezogen nur noch 100 HP keiner ist sie ja jetzt setzt muss Allstar sich verkämpt ich zeig dir dort hinten ja Martin hast du ihm was gezogen? ja toll nur noch 30 Mann ich will wenigstens noch ausgleich geht's schau wir sich jetzt verkämpten ich will jetzt nicht hoffen ach Gott sei fein ich glaube nee bekommt Allstar eh noch 8 Sekunden ja und Allstar macht dann ausgleich schön so mag ich das da steht es los nein warum welchen Chef gemacht hat du bist so ein ja das war wieder ein 101 zum 100 Abo Special Allstar verliert sein nächstes Match wegen Lukas nein richtig gemein 1 1 1 so dann bis zum nächsten Mal Tschüss